Angie, bist du's? Ah! Scheiße! Ich meine, hoch! Ich finde einen anderen Weg hinaus. Ja, wir wollten eigentlich hier drin bleiben. Ah, wie haben die dann die Bank gestellt hier? Für so eine... Deswegen nennt man das auch orthodox, ne? Das sind mehrere. Ja. Na, ganz toll. Scheint so. Es folgt unseren Bewegungen. Und wir müssen... Was für unsere Bewegungen? Toll. Und, Lagos hat ein Geheimnis gefunden. Pastoren von Little Hope. Neben dran sind die ganzen Messdiener. Ähm, ja. Ja, ja, ja. Gebückte Haltung. Richtig. Na, mal so Erdkunde. Oh, ja. Oh, oh. Ob das gut war, dass ich da lang bin? Oh, oh. Angie, bist du's? Ah! Scheiße! Ich meine, hoch! Scheiße! Ich bin weg! Oh mein Gott. Lauf! Versteck dich! Schnell! Schnell, Forrest! Bleib! Wo denn? Hallo? Ich will nicht sterben. Ah, ja. Hallo? Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Ja, Taylor. Lauf einfach an, Mann. Ah, ja. Ah, ja! Ich hab da so ein ganz wenig zu. Oh! Wie lange wollen wir noch grad auslaufen? Wo bist du? Taylor, komm schon! Sag doch was! Wir müssen jetzt was tun. Warte doch mal. Wir müssen ruhig bleiben. Nein, wir müssen Taylor retten. Ich bin Rechtshänder, also nehme ich mal das hier. Oh, oh. Ich glaub, das war falsch. Mama! Oh Gott. Du bist weg. Oh Gott. Alles ist cool. Wir haben festen Stuhl. Noch. Ah, ah! Bist du das, Taylor? Ich hab leicht Naseblut. Hast du Fleisch da für mich? kann er ruhig Hello Kitty. Ah, da bist du ja. Jetzt kaputt. Ach ja. Ringel, ringel rein. Wir sind doch nicht außer Gefahr. So viel zu eurer Kirche. Haha. Kurze Pause. Kurz Pause, ich kriege einen Herzinfarkt. Nicht stehen bleiben. Weiter geht's. Nein. Wir brauchen eine Pause. Vergiss es. Diese Biester jagen uns, nicht euch. Wir müssen hier weg. Keiner von uns ist sicher. Nicht heute. Nochmal Schwein gehabt, ja. Geil. Okay. Wie geht's weiter? Weiß nicht genau. Ja, aber man hat das aber auch nicht richtig gesehen. Oh, sind wir ingepennt. Trauma incoming, oder was? Du schläfst? Ja. Oh ja, ist schön. Schön wär's. Nach allem, was hier abging, kann ich kein Auge zutun. Das sah eben anders aus. Der hat gepennt. Dabei bin ich total fertig. Ne Idee, wie wir von hier wegkommen? Hm. Also, wir wissen jetzt, dass keine Hilfe kommt. Wir sind allein. Sieht ganz so aus. Der Beste. Vielleicht Einzige. Weg ist, dass wir Mary stoppen. Vielleicht hilft's, wenn wir Mary aufhalten. Klar, aber was ist... ...mit dem anderen Kind? Das immer vor uns wegläuft. Mary und sie verbindet irgendetwas, ganz sicher. Vielleicht will das andere Mädchen uns wohin führen. WLAN. Wohin? Weiß nicht. Vielleicht können wir irgendwo helfen. Wir müssen dieses Kind stoppen. Aber wie? Vielleicht ist der nicht mal echt. Denkst du, sie hört auf? Hey Kleine, lässt du uns bitte in Frieden? Geh ins Bett. Ab ins Bett. Ab. Was bleibt denn sonst? Das schulden wir uns. Und den anderen. Den anderen? Mary ist der Schlüssel. Ganz sicher. Stimmt. Wenn wir sie stoppen, endet der Albtraum. Falls sie nochmal auftaucht. Ihr ist doch nicht sicher. Was ist los? Ich glaube... Alles gut? Er hat... ...Migräne. Meine Augen... ...haben kurz so gebrannt. Ist schon wieder weg. Psst. Was war das? Psst, psst. Wir sind in einem Wald. Das ist sehr, sehr gut. Scheiße, das wirst du mich wiederholen. Runter. In Deckung. Oh je. Es kommt direkt auf uns zu. Sei still. Oh je. Das geht schief. Oh je, ja. Okay. Ah! Angela! Angie! Vorsicht, Kleiner! Ich bin nicht ganz fit. Ich dachte, du wärst... Und eingedauert hast du auch noch. Hast du uns gefunden? Wir dachten... Naja, wir sind froh, dass du noch lebst. Aufhören. Ich werd noch ganz rot. Aber danke. Keiner legt sich mit dir an. Echt jetzt? Das ist... Du bist hart im Nehmen. Don't fuck with Angie. Also die Crew ist wieder vereint. Du hast alle zusammen. Gut gemacht. Hm. Naja. War Teamarbeit. Gerade ist dich wegzubringen unsere Priorität. Los geht's. Geil! Wir haben noch mehr dieser Dinger gesehen, seit du weg warst. Das Biest, das mich gejagt hat, war der Horror. Und davon gibt's noch mehr? Was sind das für Dinger? Oh, äh... Jetzt schau mal, was ich hier habe. Ich geb sie dir gern zurück. Brille. Schön, dass du lebst und sie tragen kannst. Danke. Ein echter Gentleman. Und das zu einer Frau, die aussieht wie Schein. Ein Glas ist kaputt. Wenn ich das andere auch zerbreche, muss ich das hier nicht mehr sehen. Ich weiß nicht, ob uns das wirklich weiterhilft, aber der Gedanke... ...gefällt mir. Kannst du mir ja deine Brille geben, wenn du eine Joktrin hast. Hörst du das? Hab's gehört. Ich will's nicht hören. Nicht weit weg. Nicht stehen bleiben. Mittler Midnight Hour. Ach, du Scheiße. Ist jetzt ein Witz, oder? Was soll? Ach so. Ja, wollte gerade sagen, so dunkel bleibt es aber jetzt nicht. Juhu. Ich zuerst. Juhu. Ich helfe dir runter. Hoppala. Oh, nein. Oh, nein, Mann. Lauf! Los! Schnell! Jetzt wart doch mal! Warte! Daniel Feldweg ist jetzt noch. Hey! Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Oh. Oha. Ja, mach langsam. Angela, hallo? Hallo? Angela? Daniel? Hallo, hallo. Hallo, hallo. Ja, nicht stehenbleiben. Lass dir Zeit. Alter, das war jetzt... Wo seid ihr, verdammt? Daniel, bist du's? Nebel? Laut mal. Oh, oh. Ja, hallo. Oh. Nee, oder? Mach, mach's. Mach's, mach's euch loslens! Oh, oh. 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 Du bist hitzlich. Ich glaube, wir haben ein Messer verloren. Keine Ahnung, wie wir es da rausgeschafft haben. Freu dich nicht zu früh. Wir sitzen immer noch in diesem Drecksloch fest. Und diese Monster lauern noch auf uns. Wir müssen weiter. Party-Stimmung in den USA. Jawohl. Ja, jetzt steckt er erst mal fest hier. Sehr schön. Warum sehen wir das immer noch so lange? Keine Ahnung. Schönes Gras. Schönes Bein. Ja. Ja. Und das Gras erst. Wahnsinn. Wird geraucht in aller Regeln. Ja, okay. Na dann. Das sollte einfach der... Für den Effekt. Aha. Ja. Besser das eigene Selbst besiegen, als tausend Schlachten gewinnen. Dann ist der Sieg dein. Er wird dir nicht genommen. Nicht von Engeln oder Dämonen. Himmel oder Hölle. Vielleicht wird Ihnen ja langsam etwas klar. Nein. Äh. Oh, gibt's eine Zigarre? Jetzt legt ihr mir die Karten oder was? Dass die Dinge und die Menschen nicht ganz das sind, was sie zu sein scheinen. Naja. Drei Hinrichtungen. Drei gequälte Wesen. Und keine Seele verloren. Sie machen sich sehr gut. Weitersehen. Sehr, sehr gut. Schon eine Idee, was noch auf sie wartet? Versteckt im Nebel. Nein. Echt gemein ist, was da kommt. Arsch.